Es ist noch früh am Morgen. Mein Wecker klingelt. Guten Morgen, ich bin Chris. Heute zeige ich dir mein Badezimmer. Morgens bin ich immer gut gelaunt. Wie hast du geschlafen? Ich habe heute sehr gut geschlafen. Was machst du am Morgen als erstes? Zuerst gehe ich auf die Toilette. Während ich auf der Toilette sitze, lese ich die Zeitung. Danach wasche ich mir die Hände mit Seife. Dann gehe ich unter die Dusche. Ich wasche mir die Haare. Danach putze ich mir die Zähne. Ich halte die Zahnbürste in meiner rechten Hand. In der linken Hand ist meine Zahnpasta. Ich stehe auf einer kuscheligen Badematte. Deshalb frieren meine Füße nicht ein. Hinter mir steht ein großes Waschbecken. Über dem Waschbecken hängt ein großer Spiegel. Unter dem Waschbecken befindet sich ein Badezimmerschrank. Meine Handtücher sind im Badeschrank. Wie sieht deine Morgenroutine aus? An den Wochenenden mache ich alles anders. Ich lasse das Wasser in die Badewanne laufen. Ich stelle überall im Bad Kerzen auf. Danach lege ich mich in die Badewanne. Ich spiele mit den Seifenblasen. Ich entspanne mich und kümmere mich um meine Haut. Dabei höre ich klassische Musik. Mein Bad ist sehr sauber. Ich habe mein Bad gestern geputzt. Ich habe auch einen kleinen Spiegel. Ich brauche den kleinen Spiegel für meine Gesichtspflege. Ich habe sehr trockene Haut. Manchmal drücke ich meine Pickel aus. Ich creme meine Haut jeden Morgen ein. Danach schneide ich meine Fingernägel mit der Nagelschere. Jetzt fühle ich mich wie ein Neugeborenes. Ich werde mich jetzt anziehen. Wie sieht dein Badezimmer aus? Aus? Ich werde mich. Ich werde mich jetzt anziehen. Es ist ein Dichtum. Ich werde mich wieder fijne. Ich werde mich nicht. Vielen Dank.